So, auf der neuen Map aufgewacht, auch nicht schlecht. Haben wir ja einen guten Schlaf gehabt hier, ne? Ah, was war das? Alter, sind das Staub-Explosionen oder was? Warte, es liegen drei Dinger hier, jetzt muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Also ich bin hier eher dafür, dass wir einfach die Glasscheiben kaputt machen. Lol, ich hab's abgerissen. Ich hab's kaputt gemacht! Warte, komm, ja, Glasscheiben. Okay, so geht es nicht. Jetzt weißt du, wie die Zombies sich fühlen im Zombiefilm. So und dann... Ja! Du hast es geschafft, ich nicht. Ich will's auch noch schaffen. Ja, komm so, so viel am besten. Nimm's so und dann läufst seitlich. Achso, warte, ich wollte ja kurz vorerst arbeiten. Jawoll! Ja, aber ganz kurz neu. Ja, mach das. Gib mir die Latte durch, gib mir die Latte durch. Hier, da. Er hat Latte gesagt. Sag mal das bei YouTube. Ja, schon. Ah, es war alles. Oh Mann. Feuerlöscher. Geil. Running in the 90s. Ich kann dich grad nicht auslassen. Ach, okay, jetzt geht's. Darf ich deine Latte? Ich hab dein Feuer da schon. Beide Latte. Geil mal. Hey, guck mal, damit kann man Stab-Hochsprung machen, so. Huuu. Ups, ne, so nicht. Huuu. Ne, wenn man das so... Warte. Hochstellt. Hat nicht so geklappt. Ne, ich will die Latte da so hinstellen. Kannst du mir den... Ja, kannst du mir den in den Arsch nach oben drücken? Im Menü setzt mir auch die Maus immer wieder auf die Mitte. Was ist das? Warte. Drück mich mit der Latte nach oben. Ich probier's gerade. Steck mit... Ne, das sag ich jetzt lieber nicht. Gar nicht so einfach. Gab's gleich. Aber hast du es dir so vorgestellt, Sylvie? Ne, oder? Sowas kann man sich nicht vorstellen. Ich hab mir gar nichts angehört. Okay. Das ist Männchen, das war alles gefeuchtig. Ey, mir setzt die ganze Zeit die Maus in die Mitte. Was ist das? Ein Problem. Warte, warte. Nein. Okay, mein Arm ist gebrochen. Vielleicht können wir damit den Aufzug aufhebeln. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man die Latte da so... so 45 Grad hinstellt oder so, dass man da drauflaufen kann oder so. Oh, lol. Wir holen so ne Matratze drüber. Guck mal, ich hab ne Schaukel gebaut. Huiiii. 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 Ich glaube, ich mach's gleich kaputt. Hahaha. Hahaha. Sylvie, setz dich da mal rein. Weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte. Ich glaube, da wird einem schlecht. Aber da unten sind auch noch mal ein Haufen Matratzen. Ne? Achso. Guck mal, warte. Sagen wir lieber nicht weiterlaufen oder wegen Damian. Hallo. Mach einfach die Tür auf. Kannste auch wieder zumachen oder? Was hast du jetzt kaputt gemacht? Ach man, du hast das Level ja schon gelöst. Ach, lol. Ach, oh, ups. Hahaha. Das wollte ich gerade nicht. Meeensch. Ja, ich weiß gerade nicht so recht, was ich dagegen tun soll. Einfach mit Leben. Das Spiel ist sowieso schon kompliziert genug. Ne, aber das ist nur ein Handicap. Das ist die ganze Zeit in den Tisch springt. Ja, aber neu gestartet hast du es, ne? Mhm. Ja. Keine Ahnung. Warte, bleib mal, bleib mal da. Nein, chill. Warte, kann ich das mit dem Controller spielen? Bestimmt. Vielleicht ist das auch das Problem. Hast du einen Controller gleichzeitig angeschlossen? Ja, natürlich. Das kann es sein. Ja, jetzt ist das Problem weg. Ja, es lag am Controller. Ja, das macht... Ist öfters mal so. Ach, war der hier vielleicht? So, war der hier? Bring dich rüber! Kann ich einen einladen? Warte! Weeeee! Ja, stimmt. Das hatte ich einmal, glaube ich, bei Battlefield auch. Dass irgendwie die ganze Zeit das Ding wieder in die Mitte gesprungen ist, die Maus. Weil ich die Controller angeschlossen hatte. Sollen wir dann nochmal neu anfangen, das Level? Ich weiß nicht, ich bin jetzt hier gerade am Start. Ja, wir sind ja nicht wirklich weiter, aber wir haben... Wir haben halt nur ein paar Sachen schon gelöst. Weeeee! 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 Ich sag jetzt mal lieber nicht, dass da hinten ein Bagger mit einer fetten Abrisskugel steht, ne? Was tut ihr da? Spaß haben! Ich bin hier ein bisschen am Rumbauen. Aber wir müssen da auch durch. Ja, guck mal, da steht so ein fetter Bagger mit... Ah! Aua! Da steht so ein fetter Bagger mit einer fetten Abrisskugel. Backern, backern, backern! Backern, backern! 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 Mit Abrisskugel, ne? Jetzt wär's da, es darf backern! Nein! Ich häng ja am Stein fest. Juhu! Wollt's über die Abrisskugel. Oh man, jetzt darf da mehr backern. Aber ich will an die Kugel! Ja! Ja! Wuhuhu! Komm auch dran, Silvie! Yay! Leute! Ihr seid gerissen, oder was? Leute! Das ist ein Bungee-Seil! Ah, ich häng jetzt raus! Alter, das ist ein Bungee-Seil! Guck mal, wie das rumbackt! Komm jetzt, Damian! Gib ihm! Ich glaub, Damian muss uns jetzt in das Loch da reinschwingen. In welches Loch? Andere Richtung. Ich zieh erst mal auf die Drecke. Aua! Aua! Ich sag ja, das ist so ein Bungee-Kabel. Weiter geht's nicht. Dann in die andere Richtung! Bungee-Kabel for the win! Yay! Sivin, es war mir eine Ehre mit dir an deiner Kugel zu hängen. Eine Kugel, ich geh weg! Verpiss dich! Hä? Hä? Ich hab den hier... Aua! Aua! Alter, was geht ab? Lol! Aua! Aber nicht ganz funktioniert, Damian! Ja, nochmal zurück und nochmal rein! Gib ihm! Alle guten Dinge sind 5! Lässt du mich mal los? Nein! Nein! Lass dich nicht! Okay, ich lass dich los! Zieh mich durch! Du hörst oder musst mehr? Ja, man kann auch so schön drüber klettern, glaub ich. Wui! Neuer Checkpoint auf jeden Fall. Ja! Hallo! Yay! 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 Küste! 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 Yay! Küste! Küste! Ich hab die Idee, warte. Ich hab dich für einen Vorteil. Nein! Ähm, ja, hallo? Kann ich mich mal helfen? Äh, wo bist du? Ich war da am Rand irgendwo. Was? Chill, ich hab ne Idee. Ach, da? Ja, du bist schon... Ja, ich bin wieder da, ja. Ich rob mich da jetzt hoch. Aber das Ding... Das Ding ist eh nix, wenn wir da oben sind. Glaubste? Achso, warte, muss ich da... Ah, ich muss, glaub, einen rüberbaggern, oder? Da kann man auch schwingen. Das hab ich grad versucht. Also mit dem Ding unten drunter geht's schwierig. Kannst du das irgendwie runterschucken? Äh, ja, warte, ich zie... Mach mal kurz weg. Oh, will ich hier nicht in der Ecke hängen? Ich schieb das die ganze Zeit wieder rüber. Ja, wir sind noch mehr im Weg. Warte kurz. Aufräumen aber hinten! Von Meister... Von Baumeister. Jawoll! Das sieht gut aus. Ah, jetzt schwingen wir uns da rüber. Huiiii! Kurz noch aufräumen. Huiiii! Wahnsinn, ich wollte schon hin. Yeah! Ich hab mir so ein kleines Modell. Ich häng dir fest. Nein! Warst du voreilig. Ah, scheiße! Warum? Ich hab da nur den Hebel gezogen. Ich hab da nur den scheiß Hebel gezogen. Oh mein Gott. Was versuchst du da? Wie die Halbaut machen. Den Hebel legen wir nicht. Ja, den Hebel behalte ich. Den können wir nicht woanders noch benutzen. Können wir den wieder reinstopfen. Ach warte, wir brauchen die Kiste gar nicht, weil ich die Scherben draufgelegt habe. Ja, warte mal. Kann man das hier nicht einfach wegziehen? Warte, komm mal hier. Silvin, geh nochmal hoch. Kommst du nochmal hoch? Ich zieh das Ding weg, wenn du dranhängst. Ich zieh das Ding weg, wenn du dranhängst. Komm. Quatsch, wow. Komm drauf. Bisschen einfacher gewesen, oder? Ja komm, geh drauf. Nein, oben drauf. Nicht mich ziehen, nicht wegziehen. Erstmal du drauf. Ich komm da nicht mehr hoch. Ich komm da nicht mehr hoch. Okay, dann eben nicht. Ich hab da ewig gebraucht. Ja, aber was trägt uns das jetzt? Da kannst du auch drüberspringen. Cause we can. Juhu, Stange. Da ist nochmal ein Hebel, ich mach ihn kaputt. Hups, warte. Mein Gesicht. Mehr Power. Das muss man die ganze Zeit aufhalten, oder was? Ja, dann geh mal einer durch. Leg mal so ne Stange da rein. Ich mach mit. Oh, oh, ja. Nein, mach auf, mach auf. Ja, das ist. Nein, nein, ich mein ne Stange hier an den Hebel, dass der Hebel klemmt. Achso, oder ich klemm es hier ein. Das geht auch. Ich glaub nicht, dass so ne Stange breit genug ist, dass wir da durchkommen. Oh. Okay. Ach. Ich mach hier jetzt auch nen Hebel, by the way. Du hast ne Hand gebrochen. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Ähm. Wenn du noch mal aufmachst, dann können wir uns was überlegen. Also doch eine Stange nehmen. Geht doch. Kommen wir irgendwie auf dieses blaue Rohr? Das wäre auch irgendwie cool. Okay, jetzt noch? Nein, nein, nein! Stange, Stange, nein nein! Komm, Damian, du darfst auch mal... Wer zieht die Stange gerade noch? Nein! Ich kann halt nicht mehr die andere Richtung! guck mal wie ich da hin Warte doch, ich kann mich in die andere Richtung lehnen, oder? Ich weiß, die gehst du erstmal runter So, jetzt Die kommt aber immer wieder Nein! Ah, geil Okay, tschüss Fili, war schön für dir Tschüss, auf Wiedersehen Au Ich will hier irgendwie nicht loslassen Ich bin zu stress mit meiner Kiste Nein Kistenstress Kiste Ich komm hier nicht hoch Nein Was? Verdammt Ich will hier hoch Zieh mich hoch Nein Nein, tschüss Da ist grad ne Kiste runter geflogen War das beabsichtigt? Bam! Der Kiste runter geflogen Achso, okay Da bin ich nicht rüber gekommen, da rechts, ne? Huii Ich hab's zwar versucht, aber Huii Oh jee Bin mit dem Bungee Seil hängen geblieben Huii Wie ist das? Damian? Ich bin auf der anderen Seite Komm mal kurz zurück Ich weiß nicht, ob das hier so Ich find das eigentlich ganz interessant hier Hallo Ja Okay, du bist im vielen nächsten Irgendwie, ich weiß nicht, das war nicht so Ähm, ja Ich komme Nein Hahahaha Mal ein bisschen aufheben Hahahaha Autsch Huh, klettern Oh, da ist ein Haken Ich will an den Haken Das ist so einfach, da hochzukommen Ne Oh nein Warte doch Geht Hahahaha 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 Warte, da unten hängt noch einer Ah, du bist schon runter, okay? Ich bin runter, ja Aber ich hab hier was für uns Guck mal Hahahaha Ich hab was für uns Sollen wir die mitnehmen? Nein, nein, nein Boah Überraschungslawine Hahahaha Loll Also da müssen wir nicht lang Glaub ich Ähm Ja Hahahaha Warte, warte Warte, warte Vielleicht können wir da auch irgendwie hoch Oder so Ja, also ich hab hier auch einen anderen Weg vorher gefunden, ne? Loll Hahahaha Dann nehmen wir halt den Cheater-Weg Nein Fuck Hahahaha Hahahaha Hilf mir Feli Hahahaha So nicht Indem du mir dann neben springst, hilfst, dann ich Hahahaha Hahahaha Äh Okay, ich hab's unter Kontrolle, warte Und schwingen 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 Hahahaha 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 Es wird immer besser Hahahaha 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 Was war das? Hier Ah, wir können hier die Wand aufmachen Hahahaha 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 Ich häng hier noch Hahahaha Hahahaha Bamm Hahahaha 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 Na, jah klar, Piraten können so was Hahahaha Kann man dir was helfen damit? worldscheЛ Hahahaha Okay, ich komm mal durch. Hallo. Hier bin ich. Works as intended. Ich hab nicht mal jemanden festgehoben von euch, ne? Ihr haltet mich grad fest. Hallo. Jetzt bin ich rausgeflogen. Ja, that's the way. Ja, hat funktioniert. That's the way, aha, aha, I like it. Achso, Leute, ich hab gleich ein bisschen da oben lacht. Tatsächlich wollte ich gerade einen Stein holen und die Wand kaputt machen. Hätte auch geklappt. Hat ja schon mal geklappt. Da war ich vorhin schon. Ah, fuck. Abwehrglas. Silvin, du fängst mich, oder? Ja. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, Mann. Das Schöne finde ich tatsächlich, ich hab ja fast alle Human Fall Flat Folgen von Gronkh und so gesehen. Das Schöne finde ich, die haben die irgendwie viel schneller gemacht. Die Sachen hier, wir haben teilweise Sachen, die haben die noch nie gesehen. Okay. Also, die Höhle zum Beispiel haben die auch nicht gemacht. Also, ich hab das Gefühl, wir sind doppelt so langsam wie die. Aber das, umso schöner hat man mehr davon. Weil ich glaub, so ein Spiel lebt nicht davon, dass so schnell wie möglich durchzuspielen. Ach, da geht die Tür auf. Jetzt raff ich's ja gar nicht. Ich dachte, es war ein Geräusch. Was tut der? Ich hab die ganze Zeit geguckt, was das für ein Geräusch ist. Ist der in der Kiste oder so? Äh, manchmal. Ah, wie komm ich jetzt da durch? Äh, ja warte mal, hier auf der Seite ist doch so ein Kran mit so einer Abrisskugel. Ja? Aber wie kommen wir da rüber? Was? Ja, da hoch kommst du... Ganz einfach! Ah! Loll! Loll! Da ist tatsächlich was! Geil! Die haben einfach nicht gewusst, dass da tatsächlich was ist. Ah, genau. Jetzt muss die Kiste hier irgendwie rüber. Ah, warte, warte, warte. Kann ich jetzt nicht rüber schwingen? Ist da drin was in dem Haus? Ja, das ist ne Kiste. Ne Kiste mit... und ganz viel Glas. Ich renne da mal durch, warte. Kopf nach unten und... Ah! Loll! Ah, scheiße! Ach, maaann! Loll! Das ist so unlogisch, Mann! Ja. Und was sollen wir jetzt mit der Abrisskugel machen? Ich weiß, also auf jeden Fall wird sie sich wahrscheinlich anheben, wenn jemand unten drauf geht. Auf das Fleisch. So geht's auch. Also ich sehe das ganz einfach so. Ich halte mich jetzt mit links an dieser Abrisskugel fest. Und mit rechts an der Kiste. Und gib ihm. Schieb die Kugel mal an. Warte, ich brauche ein bisschen Anlauf. Warte, ich komme helfen. Ich komme. Da passiert einfach nichts. Yay, jetzt schaffen wir es, komm. Gib ihm, jawohl. Jawohl, wohin geht das sein? Jetzt könnte man hier drüber laufen mit der Kiste. Achso, okay. Jetzt muss ich die Kiste irgendwie wieder laufen. Ja, dann lasse ich sie los, dann kommt sie wieder. Zivin. Nicht festheben, das ist Tüten. Ich wollte es noch auffangen, ich komme. Ich lande ja wenigstens weich. Bam. Aua. Das ist voll auf meinem Hintern gerade. Hä? Das ist schon im nächsten Level. Nein, hier waren wir vorhin schon. Ja? Ja, dann sind wir hier rüber gesprungen. Achso, okay, ich war hier noch nie. Achso. Komm zurück, Tabian. Ich probier's. Wie so'n fetter Pressluft haben wir hier irgendwo richtig nagelt gerade die ganze Zeit, ne? Mein Bein. Sieht das jemand? Er greift unter sein Bein. Er greift unter sein Bein durch die Kiste festzuhalten. Ich komme. Oh ja. Oh ja, ja, leck mir mal. Oh jetzt, ja, schlag. Jetzt hab ich's. Jetzt hochheben. Hochheben, jawohl, jawohl. Genau so. Seid die inkompetentesten Möbelpacker, die ich kenne. Hochheben, nicht drüber springen, was macht denn der? So, jetzt, jawohl, professionell. Lass los. Lass los. Nimm mich mit. Lass doch erstmal los. Oh no. Limbo. Dein Bein ist verdreht. Eigentlich hätten wir die Kiste ja nicht wirklich gebraucht. Nö, gell, wir hätten einfach nur alle sterben müssen, dann wären wir alle hier gelandet. Achso. Ja gut. Also. Einmal fahren mit. So sollte das nicht sein. Gegen die Wand, komm. Ja, warte, warte, warte. Ich glaube, ich kann da rüber schwingen. In der Stange, da siehst du es. Und da drüben ist ja nicht. Ja, sag halt Stopp. Jetzt, so. Weiter, 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 weiter. Nein, nein. Andere ich so. Weiter, weiter, weiter. Ich sag dann schon Stopp. Stopp. Das muss ich hier auspendeln lassen. Viel Glück. Da vorne ist so eine Stange. Ich glaube, da kann ich entlang schwingen. Ich versuch mal den anderen Weg. Dann komme ich von da aus, glaube ich. Nein, hier kann man hinten runterfallen. Scheiße. Tschüss. Aber ich finde es so geil, dieses reibungslose runterfallen. Ja. Und dann wieder im Level landen. Das ist einfach total cool. Ah, ich bin schon wieder runtergefallen. Autsch. Darf das? Hallo. Nein. Das war knapp, oder? Ja, schon. Okay, das Ding immer mehr aufrecht. Hubschirm. Oh. Oh. Wie ein Akrobat. Ah. Nein. Nein. Backflip. Bitte backflip. Jetzt wollte ich die Kiste darunter. Wee. Wee. Jetzt kommt noch einer mit. Aber wie kriegen wir jetzt die Kiste darüber? Also ich würde sagen, das Level ist jetzt broken. Weil ich glaube, jetzt können wir überall hin, wenn wir hier auf dem Rohr sind. Ja, aber wir haben jetzt die Kiste hier rüber gespielt. Ja, ich habe ja schon. Ach so. Ah. Ich verstehe. Na ja, man rutscht ein bisschen. Hilfe. Ja. Aber man kann jetzt hier echt in jedes Level laufen. Das ist ein bisschen langweilig. Ich komme wieder rüber. Tschö. Warte. Oh. Oh. Ja. Strampel, strampel. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Du schaffst das, Damian. Tschüss. Du schaffst das. Ja. Kiste kommt. Ich auch. Ich hole die Kiste. Ja. You already have been delivered. War ein bisschen zu euphorisch. Bam. Zu früh gesprungen. In der Amazon Human. Autsch. Oh fuck. Ich hänge hier an dem Rohr fest. Nein. Ich mache jetzt hier den eleganten Leiterweg. Hüah. Oha. 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 Elegant. Elegant ging auch. Der war elegant. Ja, aber der war elegant. Komm, das kannst du auch. Und, und, und. Jawoll. Bist du runtergeflogen? Ja. Ich wollte mich dazwischen träumen. Du schaffst das. Gekonzt. Boah, ich will auf seinen Gabel zinken. Auf seinen Gabel. Fahr mich hoch. Fahr mich hoch. Fahr mich hoch. Ah. Ah. Ich will. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Ich will er hoch. 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 Gib ihm. Ups. Ich hatte die. Oh, ein Biss. Warte, das könnte funktionieren. Nein. Nein. Jetzt klemmst du runter. Ja, warte, Felix war schon wieder oben. Hallo. Jetzt bin ich wieder unten. Hallo. Hilf mal einer. Ich nehme mal die andere Seite. Ich nehme mal Damian. Elegant. Wie kann man jetzt den Hebel? Bewegt sich der Hebel mit hoch? Greif ihn. Ich will nicht so nach die ganze. Ich. 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 Hey. Ich hab dich, Sylvin. Ich hab dich. Ich lass die nicht los. Ich lass die nicht los. Na gut. Na gut. Ich hoffe, es sollte so nicht funktionieren. Na gut. Vielleicht müssen wir erstmal einen hochfahren. Und den anderen nicht. Ich hab ne andere Idee. Warte. Schönen mal. Das ist nochmal weg. Das hier weg. Kann man dieses Brett hier nochmal irgendwie? Nee, man muss erst wieder runterfahren. Ja, dann. Warte. Warte. Ich will es trotzdem hier weg haben. Warte mal. Hier ist Glas. Warte mal. Hier ist Glas. Bring mir das Brett hier hin. Damian kann nicht mehr arbeiten. Er ist so nah am Lachen. Hilf mir, aber ich hab ein Brett. Das ist so schwer. Was machst du schon mit der Filet? Ich will was versuchen. Ich hab ne Idee. Mach das auch einen Hebel drunter. Ja, wir haben es geschafft. Das tut ja. Mach die Tür da oben öffnen. Ach, der macht die Tür auf. Oh. Ja, warte. Es ist nicht mehr mit dem Brett trotzdem hoch. Ja, oder wir stellen das mit dem Brett weg. Wobei, das auch kann. Oh, wir stellen das mit dem Brett weg. Bini ist eigentlich ja. Fuck this level. Ich glaub, wir sollten es hier auf einer Seite. Mord liegen. Scheiße. Wir müssen es halt irgendwie verkanten, ne? Das hat immer klar. Oder? Ich kann es, David. Oder? Hilfe. Das ist Glas in Ruhe. Hilfe. Fili, lauf drüber. Du schaffst das. Ja, nein. Warte. Ich muss erst mal hier, äh. So. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ups. Du bist so fett. Schieb mich auf. Lass. Mit meinem Kopf, Alter. Lass mal ein bisschen ins Loch rein, dann kriegen wir eine bessere Wiese dran. Warte kurz, ich mache kurz das Glas hier weg. Ups. Kurz. Mach kurz das Glas weg. Einfach ein bisschen weiter in der Mitte. Weil dadurch, dass du vorne nicht weiter hochkommst. Vielleicht kriegen wir es dann so. Wenn wir es jetzt so ein bisschen kicken. Na warte, ich muss auch einen Ticken weiter vorne greifen. Mann, der greift mit der linken Hand nicht. Greift jetzt wieder in den Rücken. So, jetzt. Ja, warte, Fili stelle ich drauf. Wir heben dich hoch. Ich glaube auch nicht, dass es klappt. Aber versuch, Mast. Du musst doch in der Mitte stehen. Nee, der muss hinten stehen. Dann können wir es nach vorne nicht aufstellen. Oh, shit. Das ist gar nicht so leicht. Also, wir wollen jetzt wirklich fuck the system. Das ist anders lösen. Scheiße, da kann ich nicht. Nein, scheiße. Ich habe mich runtergeschoben. Ich bin hier. Ja, halt die Kante fest. Du bist gut. Ja, okay. Ich bin an der Kante fest. Jetzt müsste es gut gehen. Wenn wir es jetzt so halten, müsste es gut hochlaufen. Ja. 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 Ja.